Warum wir uns für Sport engagieren? Weil auch wir ständig in Bewegung sind. Seit dem Jahr 2000 unterstützen wir die Wölfe, den mitteldeutschen Basketballklub. Erstliga-Korbjäger aus Weißenfels. Bissig. Auch die Piranhas, die Damenhandballerinnen des SC Mark Randstedt, sind seit dem Jahr 2000 unsere Partner. Meister in der Oberliga. Tendenz dritte Bundesliga. Ein Grund zu feiern. Auf zwei Rädern rollen wir beim LVZ-Fahrradfest und der Midgas-Rad-Tourenfahrt. Beim Midgas-Schülerrafting im Kanupark Markleberg sind wir mit im Boot. Warum wir uns für Kultur und soziale Projekte engagieren? Weil es hier viele Talente gibt. Unsere Mitarbeiter vor Ort packen mit an und spüren, dass sie für ihren Einsatz noch mehr zurückbekommen. Warum wir uns für die Umwelt engagieren? Weil auch wir langfristig denken und wissen, was wir an unsere Kinder und Enkel übergeben wollen. Klar, wir sorgen für Energie. Das ist unser Geschäft. Und wir sorgen uns um vieles mehr, weil es unsere Region ist, weil wir hier zu Hause sind. Mit Gas. Mit gebündelter Energie für unsere Region. Mit Gas. 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 Mit Gas